Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich beginne mit Politikerzitaten, Reaktionen auf die unerträglichen antisemitischen Parolen während Kundgebungen in verschiedenen deutschen Städten. Ein Angriff auf Freiheit und Toleranz. Ein Versuch, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu erschüttern. Beide Zitate von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Aber nicht aus dieser Woche, sondern fast sieben Jahre alt, aus dem Juli 2014. Reaktionen auf unsägliche Sprechchöre am sogenannten Al-Quds-Tag, bei denen 2014 insgesamt etwa 100.000 Menschen, überwiegend Islamisten, in 20 deutschen Städten auf die Straßen gingen. IS-Flaggen wurden auch gezeigt und beispielsweise in Frankfurt am Main skandierten Tausende radikale Moslems Hamas, Hamas, Juden ins Gas. Und heute, sieben Jahre später, während in den israelischen Städten Tel Aviv und Hamadgan Juden beim Raketenbeschuss durch die terroristische Hamas ermordet werden, hetzen vorwiegend Islamisten in den deutschen Partnerstädten Frankfurt am Main und Kassel gegen das Existenzrecht Israels. Was für Städtepartnerschaften, meine Damen und Herren! Und was sagt Frau Merkel dazu aktuell? Unsere Demokratie toleriert antisemitische Demonstrationen nicht. Doch, Frau Merkel, das tut sie leider, vor allem, wenn es sich um importierten Antisemitismus, wenn es sich um islamistischen Antisemitismus handelt. Überschrift eines aktuellen Artikels aus der Neuen Züricher Zeitung. Deutschland, der islamistische Antisemitismus wird verharmlost. Wir haben es bei Antisemitismus mit einem 360-Grad-Problem zu tun, erklärte Dr. Elio Adler bei einem runder Tischgespräch Ende 2019 in der hessischen Staatskanzlei, an dem ich auch teilnahm. Ich stimme dem ausdrücklich zu, möchte aber eindringlich hinzufügen, wenn man auf einem Auge blind ist, dann wächst und gedeiht der Antisemitismus dort ganz besonders stark. Die Frankfurter Professorin Susanne Schröter wirft der Politik in einem aktuellen Fokusinterview vor, den Antisemitismus in muslimischen Gemeinden seit Jahren auszublenden. Sie erklärt auch, dass die Polizeistatistik falsch ist, nach der fast 94 % der antisemitischen Straftaten auf das Konto von Rechtsextremisten gehen. Alle Straftaten, bei denen sich kein Täter finden lässt, das sind etwa die Hälfte aller registrierten judenfeindlichen Delikte, werden automatisch dem Rechtsextremismus zugeschlagen. Susanne Schröter sagt, diese Statistik widerspricht eindeutig den Befragungen jüdischer Opfer. Karl Lagerfeld äußerte sich 2017, wir können nicht Millionen Juden töten und später dann Millionen ihrer schlimmsten Feinde ins Land holen. Er wollte mit diesem Satz provozieren. Ja, hatte im Kern aber wohl Recht. Die Empörung war ihm jedenfalls sicher, denn er sprach ein Tabu an. Importierten Antisemitismus, islamistischen Antisemitismus, der in Deutschland nun von Generation zu Generation kultiviert und leider zuverlässig vererbt wird. Diese Form von Antisemitismus ist in Deutschland bereits so weit verbreitet, da hilft nur noch knallharte Kante. Es dürfen keine Antisemiten mehr nach Deutschland einwandern. Es sind bereits jetzt zu viele, und jeder Neue ist einer zu viel. Antisemiten, die sich bereits in Deutschland befinden, müssen, wenn rechtlich möglich, konsequent und dauerhaft ausgewiesen werden. Sind Sie dazu bereit, liebe Altparteien? Wenn nicht, werden wir hier in einigen Jahren vermutlich Zustände haben, wie bereits jetzt in Frankreich. Dort wandern Juden in großer Zahl aus. Entscheiden Sie sich, Islamismus oder Judentum? Beides zusammen wird es in Deutschland auf Dauer nicht geben. Wir haben zur Aktuellen Stunde einen Antrag mit Forderungen eingereicht. Worte alleine helfen nämlich nicht, siehe Angela Merkel. Seit sieben Jahren Empörung im Zeichen der Raute. Und sonst wenig, nicht überzeugend. Aus meiner Sicht unterlassene Hilfeleistung für das Judentum in Deutschland. Falls nachfolgende Redner jetzt mit der Parole mehr Bildung kommen, eine alleinige Lösung ist das nicht. Aber als Unterstützung zu einer knallharten Einwanderungs- und Ausweisungspolitik, ja, warum nicht? In diesem Zusammenhang zum Schluss der Rede noch ein kurzer Blick auf die Hessische Landeszentrale für politische Bildung. Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion vom 12. Mai 2021. Ausgaben im Jahr 2020 der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung für Veranstaltungen, Seminare, Filme und Druckschriften. Zum Thema politischer Rechtsextremismus 600.764 Euro. Politischer Linksextremismus 22.787 Euro. Islamismus 11 Euro. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.